Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder in Fliff. Und ja, erstes mal, wir haben jetzt wieder ein kleines Fantreffen und zwar hier mit Iswitz, würde ich es jetzt mal aussprechen, also ja, ihr seht ja den Namen selbst. Wir haben schon eine Party gemacht und ja, haben schon kurz etwas gechattet. Er ist Level 36 und ja, wir gehen jetzt mal zusammen nach Darkon, hatten wir vor. Und ja, ich habe noch etwas festgestellt. Leider, leider zählt er dann eben die Zeit doch mit, obwohl man nicht online ist. Ja, gut. Naja, was wir machen, deswegen nutze ich jetzt noch eben diesen Schmetterling aus. Sorry, wenn ich mal kurzer Zeit nichts sage, dann lese ich hier. Ähm. Okay. So, gut. Ähm. So, ja, ähm. Ich würde sagen, mal gucken noch schnell, aber... Okay, also wir treffen uns in Darkon. Ich fliege jetzt einfach schon mal los. Und ja, heute ist es mal etwas anders, ähm, denn, ja, heute level ich mal einen anderen. Das ist doch auch mal Premiere zumindest. Ähm, ja, hatten wir auch noch nicht. Normal wurde ich immer gelevelt, dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber jetzt hat ein anderer mich eben angeschrieben und dann habe ich gesagt, na klar. Und dann, ja, 36 ist doch auch schon was. Dann dürfte es klappen mit Leveln. Ähm, ja, dürfte auf jeden Fall klappeln. Klappeln, okay. Ähm. Auf jeden Fall, dann machen wir das. Und zwar gehen wir... Warum haben wir eigentlich so viele Quests hier wieder? Egal, das sehen wir wann anders. Jetzt geht es erstmal hier ans, äh, leveln, ja. Jetzt will ich nochmal eben gucken, wo er denn ist. Das ist nämlich auch das Gute an einer, einer, ähm, Party. Man kann immer sehen, wo der andere ist. Also irgendwie habe ich hier wieder viele Quests, habe ich das Gefühl. Aber das werden wir wann anders machen. Das machen wir nicht jetzt. Ja, ich nehme schon auf. Denn wir wollen ja alles lehnen. Also das habe ich mir ja irgendwie hervorgenommen, dass ich eben nicht immer so Sprünge und Schnitte große mache, sondern immer relativ, dass ich eben alles aufnehme, was ich auch im Fliff mache, damit man dann am Ende so ein komplettes, ja, Gameplay hat. Ja, okay, gut, bester YouTube. Jawoll, ähm, gut, auf jeden Fall. Jetzt rühre ich nochmal eben, woher ist. Jetzt ist er gerade am Anfang von Solaris, aber gut. Ich bin ja auch ein Tick schneller als er, glaube ich. Müsste ich eigentlich sein. Aber das Ganze hält auch nur noch zwei Stunden, naja. So, und wir fliegen, und wir fliegen, und wir fliegen, und wir fliegen. Ach Gott, ist das nicht schön. Also da muss ich auch nochmal gucken. Hier gibt es ja viele Quests, vielleicht ist da irgendwas Wichtiges dabei. Wobei, das ist nicht wichtig, das ist nicht wichtig, denn das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das ist. Und, äh, was gab es noch Schönes? In Darkman 1, 2 gab es doch auch noch was, das wird mir gleich angezeigt. In St. Morning gibt es auch noch zwei Quests. Da muss ich auch nochmal vorbeigucken. Ich glaube, eine sogar vom Bürgermeister. Aber, naja, wir haben ja Zeit. Wahrscheinlich, weil ich jetzt Level 50 bin, ist es wahrscheinlich wieder was irgendwie, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Passt. Auf jeden Fall. Ich levelte ihn jetzt bei den Steamwalkern, soweit ich jetzt richtig noch in Erinnerung habe, wie sie heißen. Ja. Äh, und dann irgendwie, ja, finde ich, ist das das Praktischste. Bin ich hier schon richtig? Nein, eine Einfahrt daneben. Zu denen will ich nämlich irgendwie nicht. Auf jeden Fall, ja. Wollen wir mal sehen, wie hoch will ich kriegen. Dürfte ja relativ viel eigentlich bringen. Hier sind wir doch richtig. Ja, okay. Irgendwie bin ich jetzt gerade im Kreis geflogen, aber nun gut. Sei es drum. So. Wann würde ich jetzt mal hier schön landen? Ach Gott, ist das nicht schön mit meinen Flügeln. Okay. Jetzt gucke ich nochmal eben, wo er ist. Er ist großer. Wo ist er? Da kommt es noch nicht. Das heißt, er ist wohl ein Blaris. Oder auch nicht. Bist du off? Verdammt, Salami! Okay. Ähm. Ja, das hatten wir abgemacht, dass ich dann Salami rufe, wenn er rausfliegt. Äh, nun gut. Schade. Also, ja, ich glaube, er ist offline. Glaube ich. Ja, anscheinend ist er es. Was will man machen? Gut. Ähm. Dann würde ich jetzt aber sagen, warten wir einfach bis er drin ist, aber wir warten jetzt nicht nur, dass wir hier rumfliegen, denn das wäre ja auch irgendwie zu Öl für alle Beteiligten hier. Insofern fangen wir jetzt einfach schon mal etwas an, hier ein bisschen zu leveln. Schadet natürlich auch nicht, insofern passt das doch. So, zack, zack. Irgendwie spackt es ein bisschen ab und zu, aber, nun gut. Was will man machen? Ich wollte eigentlich den da noch holen. Dankeschön, dass ich das darf. Sehr liebenswert von euch. Das sind eigentlich nur die kleinen Viecher, die müssten wir eigentlich da rausboxen und dann, äh, weil irgendwie sind denen die Mini. Eigentlich können die einem gar nichts. Irgendwie haben die halt so fette Roboter hinten drauf oder unten runter oder was weiß ich. Und deswegen sind die so stark. Aber, nun gut, sonst würden sie auch keine Erfahrung geben, keine gescheiten Drops machen und gar nichts bringen. So, und auch einmal schon die Nudel draufhauen und dann, verdammt, noch einmal. So, ettert. Und dann können wir meinen Bang auch rausholen. Der hält auch nur noch drei Tage. Mal gucken, wie viel ich da noch aufnehme. Und, ja. Man muss ja schon froh sein, wenn der Fliff mal läuft. Zumindest will ich das immer. Weiß ja nicht. Also, irgendwie, früher lief es auch immer sehr flüssig und alles. Und jetzt, ja, jetzt packt es ja auch schon gerade wieder ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Deshalb bin ich immer froh, wenn es mal läuft und, ähm, dann nehme ich auch was gut auf. Damit ich einfach mal was hab. Weil, keine Ahnung, dann gibt es wieder, was weiß ich, Monat, zwei Monate, wo es dann gar nicht läuft, dass ich jede Sekunde rausfliege. Und, äh, ja. Das ist dann irgendwie auch kontraproduktiv, wenn ihr dann Jagd-Nivideos habt von Fliff. Deshalb nehme ich immer so viel auf, wie geht, äh, wenn ich eben Zeit habe und das Ganze mal läuft. Das ist nämlich immer fragwürdig, wie oft das denn der Fall ist. So, der hat irgendwie auch keine Lust zu sterben. Deshalb boxen wir ihn jetzt tot. Perfekt. So, und ich würde mal sagen, ich mache jetzt noch diese, bis ich eben ungebucht bin. level ich hier noch etwas und, äh, dann gehe ich aber doch auch schon mal an ein paar Quests wieder. Weil, irgendwie, ich habe ja relativ viele gekriegt. Ich muss auch nochmal gucken, welche ich noch alles so habe. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr auswendig. Aber nun gut. Und, du kommst auch noch mit. So, okay, hat es gemerkt. Und jetzt mal mit der level essen, 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 essen. Und jetzt mal schön hier draufhauen. Denn die ziehen mir irgendwie dann doch etwas mehr Leben ab als alle anderen. Aber nun gut. Fast. Bam. Okay, und da noch eine schöne Null reinhauen. Beziehungsweise zwei Nullen. Ja, ist ja super. Ja, dann trinken wir halt. Ne? Dann trinken wir halt einen drauf. So, er hat sich wieder angemeldet. Das heißt, er ist irgendwo wieder da. Die Frage ist, wo ist er? Das wollen wir mal eben schnell sehen. Ich schätze ehrlich gesagt mal irgendwo ein Solaris. Ja, da ist er. Gut. Ja, dann denke ich mal, wird er mich gleich finden. Denn das ist ja wieder das Gute an einer, an einer, verdammt, will ich noch gar nicht, an einer Party. Ah, Hilfe! Das ist wieder das Schlechte dran, wenn man angeschrieben wird und dann irgendwie, ach scheiße, das ist ja auch. So, und, ja, ich habe es gesagt. Ihr habt es gehört. Ihr seid alle Zeugen. Und irgendwann wird er auch Zeuge sein, wenn er es dann sieht, beziehungsweise er sich sieht, beziehungsweise irgendwas, irgendwen, irgendwann halt. Äh, ja, hallo, ich würde gerne noch einmal draufkauen. Schön, danke schön. Zack, perfekt. so, das war nämlich sein, sein Special Wunsch und den habe ich ihm natürlich auch erfüllt, so wie das sein muss. Jetzt hoffe ich, kommt es nicht noch irgendwo welche. So, ja, ähm, hier, hoffe ich, dass er diese Welle noch mitkriegt, denn ich denke ehrlich gesagt, dass er relativ viel Erfahrung kriegen sollte, eigentlich. Denke ich mal, müsste eigentlich, ach scheiße. Ach, dann hau halt jetzt so drauf, Mensch. So, und noch einmal, komm schon, nicht aufgeben hier, immer weiter, immer weiter. Sag mal. So, und jetzt kriegen wir noch so fertig. So, jetzt gucken wir mal eben, wo er denn abgeblieben ist. Wir haben noch einen Flares. Nein, er kommt gerade, er ist gerade auf dem Weg, Perfekt. Ähm, so, dann waffe ich mich noch mal kurz hoch. Hallo, das bitte auch noch. So. Und den haben wir nicht vergessen. So, äh, ja, jetzt geht's schön weiter hier. So, du bist schön aktiv, das ist doch auch mal wieder gut. Und jetzt hoffe ich mal, dass er irgendwann bald demnächst kommt. Dass er wenigstens diese Fure jetzt mitkriegt. Denn ich meine, ich mach das ja, okay, ich mach das nicht hundertprozentig für ihn, aber etwas, ich würd's auch wahrscheinlich so und so machen, aber, ja, gut, dann hätt ich mir das auch gesagt, ich weiß zwar nicht genau, was wir gesagt haben, aber irgendwas haben wir gesagt. Und das ist die Hauptsache. Du kommst auch noch gerne mit. Und dann kommst du noch mit. Und da sind wir so viel Leben haben, kommst auch noch du mit. Und dann würde ich sagen, haben wir gleich kein Leben mehr. Ich hoffe mal, dass wir nicht sterben. Das wäre nämlich irgendwie richtig scheiße. Aber ich hoffe mal, das dürfte eigentlich passen. Sie ziehen mir zwar so viel ab, aber sie verziehen sich dann ja jetzt auch relativ schnell wieder. Und das ist gut. So, der sammelt schön alles auf, so wie sich das gehört. Jetzt guck ich nochmal eben, wo er jetzt ist. Jetzt ist er gleich da. Perfekt. So, dann warte ich jetzt mal eben auf ihn. Von wo kommt er denn? Von wo kommt er? Von da. So in etwa. Gut, dann will ich ihn auch mal schön passen noch. Denn das schadet wirklich keinem. Und, und, sehe ich ihn schon. Und sehe ich ihn wo? Wo ist er? Da irgendwo. Die Richtung. So irgendwie da. In der Richtung. Na komm, wo bist du? Zeige dich. Sage mal. Irgendwie scheint es dann doch länger zu bleiben. zu dauern, als man denkt auf der Karte. Aber, wie gesagt, fliegen ist nun mal was richtig langwieriges und ödes. Hier können wir mal auch Party umstellen. Und dann, na komm schon, irgendwann müsste man ihn nochmal sehen hier. Oder fliegt er ganz hoch. Das war natürlich auch sein Tizer. Wo, wo, wo? Irgendwo. War er doch. Ja. So, jetzt wollen wir ihn erstmal passen schön. So wie sich das gehört. Das muss ich zwar dann öfters machen, aber dann gut, so sei es dann. Mich auch nochmal schön hoch passen. Okay, und dann geht's los. Und jetzt können wir nämlich gleich hier, nee, das war's nicht. So machen. So, und jetzt will ich mal gleich sehen, wie ich schneller hochkomme. Würde mich echt mal interessieren, weil ich meine, das sind immerhin 14 Level oder was Unterschied. Und die sind ja nochmal einen Tick höher als er, beziehungsweise als ich und damit auch als er. Irgendwie logisch, aber gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Und der Part ist schon umweg gerade. Aber gut, diese Welle mach ich auf jeden Fall noch. So, und jetzt noch einmal schön hier eine Null raufhauen und 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 und. Komm, jetzt sterb doch. Mensch. So, die Part hier ist schon Level hoch. Das ist doch schon mal gut. Er ist noch nicht aufgestiegen, aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Ich will noch, dass er in diesem Part aufsteigt. 37 muss drin sein. Er kann pullen. Frage ist, wie lange er das aushält. Das ist natürlich immer die Frage. Nicht, dass er da noch stirbt. Das wäre irgendwie kontraproduktiv hier, aber jetzt pulle ich erst mal nochmal eine Runde, dann beende ich den Part und im nächsten Part sehen wir dann weiter, denn ich denke mal, dann ist er auf jeden Fall noch da. Hey, irgendwie sind jetzt mehrere irgendwie komisch rum hier und der belästigt ihn jetzt zwar ziemlich hart, aber ist er gestorben? Ich hoffe mal nicht. Wehe. Nee, er lebt noch. Oh, scheiße, Dreck. Jetzt ist er gestorben. Ähm, ja, kacke. Aber den rächen wir jetzt noch. Ach, das kann man ja nicht eingeben. Stimmt, das gibt es ja so eine Sicherung hier. Naja, was will man tun? Äh, gut, ich würde sagen, im nächsten Part ist er dann auf jeden Fall wieder da. Jetzt kann ich mal gucken, achso, warte mal, kann ich ihn wieder belegen? Was gibt es doch hier? Das ist auch nicht schlecht. Das hört sich richtig geil an. Äh, warte mal. Das können wir doch mal machen, ja. Zumindest mal eins. So, und jetzt hat, zack, und jetzt hat, zack. Moment, dafür brauche ich den Stab und jetzt. Geht das? Haha. Also, wenn das jetzt geht. Komm. Genial. Genial. Also, jetzt kann ich auch noch das hier. Perfekt. Das ist doch echt nicht schlecht. Ähm. Aber ich würde jetzt sagen, sonst überziehen wir zu doll, sage ich für diesen Part danke und, ähm, äh, ja, danke und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch und ein Abo und ein Favorit und teilt das Video, wie ihr auch wollt und dann bis zum nächsten Mal hier wieder mit einem Fan und zwar ist Witz, soweit ich das jetzt, äh, lesen kann und lesen würde. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020